Flexpipe Universal bringt gesundes Wohlfühlklima in Wohnungsbestand und Neubau und ist die ideale Lösung für variable Grundrisse. Im Komfortlüftungsgerät wird die Energie der verbrauchten Raumluft an die frische Außenluft übertragen, die vorgewärmt und gefiltert über das Luftverteilsystem Flexpipe Universal in die Wohnräume strömt. Kennzeichnendes Merkmal des Systems sind zwei identisch aufgebaute Luftstränge. Einer für die Abluftsammlung, einer für die Zuluftverteilung. Alle Komponenten sind frei positionierbar, sodass eine Installation der Lüftungsanlage bei unterschiedlichsten Grundrissen möglich ist. Der Einsatz von separaten Geräteschalldämpfern in Kombination mit schallgedämmten Verteilerkästen garantiert den leisen Betrieb der Lüftungsanlage. Die sternförmige Anordnung der Rohre verhindert darüber hinaus eine Schallübertragung von Raum zu Raum. Dank kleinster Biegeradien lässt sich das System äußerst flexibel direkt von der Rolle verlegen. Die glatte antistatische Innenhaut des Flexpipe Rohres verfügt über geprüfte hygienische Eigenschaften und geringe Strömungswiderstände. Speziell entwickelte formschöne Lufteinlässe integrieren sich dezent in das Wohnambiente und verteilen die Zuluft optimal im Raum. Ebenso unauffällig verbirgt sich das Luftverteilsystem im Flur. Selbst bei überkreuz verlegten Rohrleitungen wird die Abhängung nie höher als 20 cm. Die verbrauchte Abluft aus Küche und Badezimmer entströmt über Luftauslässe, die sich harmonisch in die Räume integrieren. Das Herz der Anlage bilden die Helios Komfortlüftungsgeräte. Perfekt integrierbar in Oberschrank, Decke oder Vorwand. Der hocheffiziente Wärmetauscher entzieht der feuchten Abluft die Wärmeenergie und nutzt diese zur Vorwärmung der kalten Außenluft. Die Luftströme bleiben dabei hermetisch voneinander getrennt. Gleichstromventilatoren mit neuester EC-Technologie garantieren leisen Betrieb und geringsten Stromverbrauch. Kompakte Helios KWL-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung und Flexpipe Universal bringen gesundes Wohlfühlklima in Wohnungsbestand oder Neubau. Universell installierbar, bei variablen Grundrissen.